Als Adam erwachte, war es dunkel. Er lag ausgestreckt auf dem Fußboden zwischen Fenster und Tür und hatte keine Ahnung, wie er da hingekommen war. Seine Füße, Hände, Zunge, alles war taub. Er rappelte sich hoch und machte Licht, sein Kopf dröhnte entsetzlich. Er schleppte sich in den Flur. Als er dort in den großen Spiegel blickte, erschrak er, an seinem Kopf klebte Blut, das übrige Gesicht kalkweiß, dunkle Augenringe mit einem letzten Hauch von Evas Mascara. Er sah aus wie das Böse in einem Horrorfilm. Adam wankte zurück in die Küche, riss ein paar Blätter Küchenpapier von der Rolle, befeuchtete sie und wischte sich das Blut ab. Anschließend drehte er den Hahn an der Spüle voll auf und warf sich mit beiden Händen kaltes Wasser ins Gesicht, bis er wieder einigermaßen klar sah. Die kleine Platzwunde war halb so wild. Zum Glück lag das Pflaster noch auf dem Tisch, neben dem Papier für den Brief, den Brief an Eva, den er vorhin ... Moment mal ... Adam schaute durchs Fenster in Richtung des Vogelhäuschens. Wo war der Brief, den er Eva geschrieben hatte? Nur die Ruhe, Adam, nicht wieder die Nerven verlieren. Es gibt immer eine Erklärung für alles. Die Verrücktheit kommt in Wellenbewegungen, hatte der Arzt damals gesagt. Adam atmete einmal tief durch, füllte den Wasserkocher und schaltete ihn ein. Im Schrank der kleine Handfilter aus Porzellan Größe 100 für eine Tasse. Wie lange er den schon besaß. Adam legte eine Tüte hinein und spreizte sie mit den Fingern. Ein Löffel kolumbianischer Hochlandkaffee, handgemahlen, dazu eine Messerspitze Kakao, eine Prise Salz. Kleine Handgriffe, die ihm jetzt Sicherheit gaben und die Zeit überbrückten, bis das Wasser kochte. Behutsam schüttete er es in den Filter, zügig genug, damit es nicht im Kaffeesatz versickerte, jedoch langsam genug, damit es nicht überlief, zuletzt einen Tropfen Sahne. Trinken. Schon nach dem ersten Schluck fühlte er sich besser. Er fragte sich, was geschehen war. War gestürzt? War einfach eingeschlafen und in sich zusammengesackt? Wie viel Bier hat er eigentlich getrunken? Und diese komischen Tabletten aus dem Wohnzimmer? Ja, hier, sie drückten immer noch in seiner Hosentasche. Hat er die bloß eingesteckt oder tatsächlich welche genommen? Wie lange genau war er weg gewesen? Adam stellte den Stuhl ans Fenster zur Straße, setzte sich, trank noch einen Schluck Kaffee und verfolgte eine Zeit lang den zur Ruhe gekommenen Verkehr. Es war zwei Uhr morgens, und diese Kreuzung, seine Heimat, so schnöde das Klang. Die Straßenlaternen leuchteten verlässlich wie eh und je, aber Erleuchtung brachte das keine. Das Licht, das erleuchtet, muss das Brennen seiner Flamme ertragen. Wo hatte er das noch gelesen? Am Strand des Ozeans hatte Eva unentwegt nach Muscheln gesucht und zu Hause mit ihnen ein Windlicht gebastelt. Sie füllte ein altes Einmachglas von innen mit weißem Sand und bunten Kieseln und beklebt es von außen mit den schönsten Muscheln, die sie gefunden hatte. Und jedes Mal, wenn sie es benutzte, zauberte es ihr ein Lächeln ins Gesicht. Adam beschloss es heute anzuzünden. Das Feuerzeug und die Teelichter lagen noch auf dem Tisch. Heute würde er wohl nicht mehr abhauen. Adam hatte sofort die Stimme seiner Mutter im Ohr. Nicht einmal das kannst du. Er betrachtete das Teelicht hinter dem Muschelglas. Eine schöne, verborgene Flamme, die beruhigend vor sich hin flackerte. Ein beinahe feierlicher Anblick. Man hätte nach der Wende ausschließlich Zwangshochzeiten durchführen müssen, dachte Adam belustigt. Ein Partner aus dem Osten, einer aus dem Westen. Die Mauer in den Köpfen, einfach zerbumsen. Adam schaltete das Radio ein. Die Stille setzte ihm in unguten Momenten im selben Maße zu, wie er sie im Allgemeinen schätzte. Aber das Radio einzuschalten, bag immer ein kleines Risiko. Das Radio zerstört das Wesen, hatten Medienkritiker früh gemahnt. Ein Tummelfeld von Weltgeräuschen. Adam liebte dieses Zitat. Aber gut, bei seinem Klassik-Sender hielt sich das Risiko in Grenzen. Hm 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 System Er hatte Glück. Gerade spielten sie L'Amour et Hlordsies au Rebelle, die Ari aus der Oper Carmen. Die Liebe ist ein rebellischer Vogel. Ein bezaubernder Titel. Und so war. Adam mochte die Liebesgeschichte vom Sergenten und dem verrückten Mädchen aus der Zigarettenfabrik. Er, der die Ordnung schätzte, und sie, die alles in Unordnung brachte. Da prallten zwei Welten aufeinander, und es lag auf der Hand, warum sich Adam von dieser Geschichte so angezogen fühlte. Er drehte das Radio lauter. Die Colors. Vielleicht war sie nicht die beste, aber sicher die einzige. Ein Medium. Die Erwartungshaltung vor dem ersten Ton, dachte Adam, die überschritt Grenzen. Die Erwartung, die vielleicht gedeckt wird und zugleich eine neue weckt vor dem nächsten Ton, die war nicht von dieser Welt. Adam lauschte ihren Worten. Es war sonderbar, aber manchmal wurzelten die mysteriösesten Rätsel in den klarsten Texten. Drohen oder beten? Nichts wird helfen. Der eine spricht, der andere schweigt. Wenn du mich nicht liebst, liebe ich dich. Und wenn ich dich liebe, gib auf dich Acht. Gib auf dich Acht. Sie wiederholte es am Ende noch einmal. Nein, sie schrie es regelrecht in den Himmel. Gib auf dich Acht. Wie hätte man anders über die ganze Schwere und Magie der Liebe singen wollen, als mit diesen Worten, eingeschlagen in diese stimmgewaltige Melodie. Eva und er hatten manchmal getanzt, zu diesem einen Lied von Audrey Hepburn aus dem Film Breakfast at Tiffany's. In dem Film sitzt sie auf der Feuertreppe ihres kleinen New Yorker Apartments und begleitet sich selbst auf der Gitarre. Und zwar so herzzerreißend schön, dass man als Mann am liebsten in der Zeit reisen und sie aus ihrem Unglück retten wollte. Jedenfalls ließ sich darauf gut ein langsamer Walzer tanzen, sodass es sich für Adam nicht nur gut anfühlte, sondern auch gekonnt aussah. Dieser langsame Walzer war über die Jahre der einzige Tanz gewesen, den sie sich auf Festen und Feiern zugetraut hatten und der es ihnen so ermöglichte, ihre Zweisamkeit vor Außenstehenden zu bezeugen. Eines Abends, ziemlich genau vor einem Jahr, sagte Eva ihm genau dies, dass dieser Tanz für sie eine beinahe konstituierende Funktion habe und dass sie viel zu selten tanzten. Adam hatte daraufhin geschwiegen und sogleich seine innere Verzweiflung gespürt, weil er ahnte, dass dies ein Moment war, in dem er hätte tätig werden müssen. Schließlich machte Eva den ersten Schritt, im wahrsten Sinne. Sie übernahm die Führung und summte dabei diese Melodie in sein Ohr. Ihre Fingerspitzen kribbelten in seiner Hand. Er erinnerte sich genau, denn Eva verstand diesen Hauch eines Lächelns, das seinen Mund umspielte als klares Signal, hier und jetzt diesen Tanz zu versuchen, ohne die Hilfestellung der Musik, ohne die tragenden Säulen des Dreivierteltaktes, einfach nur Auge in Auge, aber es ging nicht. Schon nach wenigen Sekunden verendeten sie mitten in der Bewegung, verkehrt, scheu und verletzt wie ein Vogel mit einem gebrochenen Flügel. L'amour est un oiseau rebelle, que n'il ne peut apprivoiser. Vielleicht ließ sich der rebellische Vogel zähmen, dachte Adam jetzt, aber sicher nicht beherrschen, schon gar nicht ein ganzes Leben lang. Wenn man ihn einsperrte und hoffte, dass er sich an einen gewöhnte, wuchsen ihm riesige Schwingen und Klauen und ein Schnabel so lang und scharf wie ein Säbel. L'amour est un oiseau rebelle. Er würde auch die Meise vermissen und die anderen Tiere. Manchmal verirrten sich Rehe oder Wildschweine im Garten. Adam liebte Tiere, bis auf die Nacktschnecken, da ergriff er lieber Partei für die Sonnenblumen oder den Salat. Allmählich verloren sich Adams Gedanken immer weiter im Dunkel der Nacht. Erneut presste er seine Stirn gegen die kalte Fensterscheibe und verspürte gleich so etwas wie Linderung. Dann öffnete er das Fenster. Ein eisiger Wind zog hinein. Seine Augen begannen zu tränen. Wann hatte er zuletzt einen so klaren Himmel gesehen? Vielen Dank. Applaus Wann hat er zuletzt einen so klaren Himmel gesehen? Vielen Dank.